Hallihallo! Ein Geburtstagsfrühstück. Gibt es noch eine Rede oder was? Nein. Das ist ein Stummfilm. Ein Stummfilm? Okay, also Leute, das ist jetzt ein Stummfilm. Wenn du über den R drüben sitzt, ist es doch spannend. Dass man schön sehen kann, im Tank oder Sauna. Ja, das kann ich erklären. Da hinten sieht man vielleicht, wenn man es vergrößert, den Tank oder Sauna. Da in voller Pracht. Ja. Ein schöner Boot. Toller Geräusche haben wir auch noch einen tollen Himmel. Da sind die Rieke das Geburt. Das Kind. Mua! 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 Mua!